Also, Basti, wir spielen um 10 Subs, 10 Games, also best of 10. Best of 10. Okay, ich lade dich erstmal meine Lobby in, dann suchen wir zusammen die Games aus, würde ich sagen. Ja, Mann. Okay, also wir nehmen auf jeden Fall 100 Meter rein. Ja. Wir nehmen auf jeden Fall Basketball rein. Ja. Fußball. Ja. Hammer werfen. Ja. Beachvolleyball fühle ich krank. Ja, Weitsprung. Okay. Tennis. Wir haben ja schon so Volleyball, dann würde ich Tennis raushassen für jetzt erstmal. Oder willst du, wenn du willst, dann nehmen wir. Ich will Tennis. Okay, einzeln oder doppelt machen wir einzeln, ne? Einzel, ja. Wollen wir dann noch einfach zum Abschluss einfach nochmal eine entspannte Runde BMX? Ja, Mann. Komm, ein bisschen. Okay, also warte, wir brauchen noch drei mehr. Dann machen wir noch 100 Meter Freistil, Hürdenlauf und Abschluss ist Baseball. Nee, nee, Abschluss ist Baseball finde ich nicht. Baseball, Baseball. Boxen, Boxen, Abschluss. Achso, man kann nur sieben, man kann nur sieben machen, man kann nur sieben machen. Okay, dann machen wir Best of 7. Okay, schau, ob cool ist so. 100 Meter Basketball, Fußball, Hammerwerfen, Beachvolleyball, Weitsprung, Boxen. Auf geht's, passt doch. Okay, let's go. Geil, Dicker, geil. Auf geht's. Ich bin Team Rot. Wer bist du denn? Bruder, warte ab, wie der IRL aussieht. Also, In-Gang. Ja, komm rein da. Okay, also, Santiago de Chile, Taschkent, Yamosucro, Berlin. Bruder, ich kann nicht mal die Länder aufzählen, obwohl die da stehen. Vorschau, Wien und Pretoria. Das waren jetzt die Hauptstädte, weil ich jetzt alle Hauptstädte in der Welt kenne. Ähm, okay, Basti, das ist echt cool, aber willst du einfach auf Brei drücken, Dicker? Danke, Mann. Ein vielversprechender Spieler. Alter, Junge. Uff, alter, Mann. Er genießt, das ist sein Auftritt. Auf die Plätze. Uff, alter, und, Junge, let's go, alter. Das ist ein bisschen body-shaving, aber egal. Es ist nur ein virtueller Charakter. Uff, Digger, uff. Boots, easy, erster. Ich war erster, ich war erster. Ist das dumm. Okay, sag mir was über die Prezage. Wie schnell warst du? 9,2. 8,9, bitch. Aber warum ist es so dumm gemacht, dass ich dich dann halt hinter mir sehe? Aber sehen wir es jetzt hier? Ja, okay, geil, aber hier ist es zinkt dann wieder. Oh, geil, Junge, let's go. Easy erster Punkt, alter. Okay, next game. Boah, wie der läuft. Holy shit. Holy shit. Junge, das 140-Kilo-Paket, Alter. Oh, aber guck mal, ganz kurz, die Punkte werden so gezählt. Es geht um, wie wir gegen die KI abstehen. Ah, also es gibt nach Medaillen quasi. Ja, so wie wirklich halt bei den Olympischen Spielen. Okay, das ist geil. Uff, Digger, auf Basketball habe ich Bock, aber da muss ich mir kurz die Steuerung durchlesen. Okay, verwende, um dich zu bewegen. Pass mit links. Was ist bewegen? Was ist das? Was soll das? Ist das WSD oder was ist das? R und U für Spezialwurf. Okay. Okay, alles klar. Bin ready. Boah, wer ist denn er, Junge? Junge, der Schiri einfach. Schiri thick as fuck. Easy Miner. Okay, 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 Bruder. Wupp! Okay, jetzt nicht mehr, oder? Nee. Wupp! Junge, hallo? Ja, besser ist es, Alter. Vier Minuten gebraucht, um Ball reinzumachen, einfach. Easy gebraucht, Junge. Schuh, Digger, wohin? Okay, ahaha. Junge, einfach aus, Digger. Boah, ist das scheiße. Okay, warst du Müll. Mit Controller hast du aber viel besser, oder? Ich finde es voll geil mit Dingen. Findest du? Ja, ist voll entspannt. Nee, ist voll entspannt. Ist das gerade Irohne? Nein, ich weiß es vollkommen ernst. Digger, ich weiß nicht mehr, wie du ernst bist. Ich weiß nicht mehr, wie du ernst klingst. Okay, sorry, Digger. Junge, wohin! Oh, smart. Uh! Let's go, bitch! Easy gemobst. Junge, äh, äh, die Hand auf! Und der Ball fliegt einfach daneben. Es ist so scheiße. Das ist das schlechteste Basketball-Game, Junge. NBA kann einkaufen, äh, verkaufen manch. Mann, Digger, was ist denn perfektes Timing, wenn es immer daneben geht? Junge, wenn er auch mal rangeht. Oha, wie hoch kann er springen? Bruder, vier Meter hoch, Alter. Junge, was ist das auch für Viertel, Alter? Die gehen so zehn Sekunden. Was? Uff! Boah, wie hoch! Wie hoch! Wie hoch! Junge, wie hoch springen die? Oh, haha! Junge! Was? Ach so, oh mein Gott. Das ist so schlecht. Das ist das schlechteste Game, Mann. Was hat er gar gemacht? Alter, das ist bad. Ey, Bruder, es ist so bad. Wamos, jetzt mal, ja! Ey, das ist so scheiße. So scheiße. Einfach richtig super hin runtergezockt. Es gibt gar keinen Grund mehr, um NBA zu kaufen, wenn er noch das hier haben kann. Junge, was? Er nimmt ihm den Ball ab und passt ihn zu dir? Willst du mich ficken, Alter? Der will bei Spanien zocken. Jo, ach so, ach so, einfach Buddy blockt, ach so. Ey, Bruder, mit R und U macht man Spezilschlag, aber das geht nicht mit R und U. Was ist das für ein Scam? Was ist das für ein Scam? Was ist das für ein Scam? Eine Sekunde, Junge. Junge, wow, aber er trifft auch noch fast. Ey, wirklich fast. Guck mal, wie traurig der ist. Boah, ist der traurig. Ist der traurig. Das ist ein einsamer Kämpfer. Ja, also Basketball spielen wir nicht noch mal. Ja, Basketball. Basketball ist wie Wimbel. Okay, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Fußball. Mit Tastatur. Oh Gott, Alter. Oh mein Gott, das wird genauso Absturz sein. Ich sag's dir. Bruder, no joke, das Fußball bei Mario vs. Sonic ist besser. Das ist besser als das hier. Alright, meine Damen und Herren. Ich bin mal gespannt, wie das hier wird. Okay, dann mal los. Junge. Nervösi Täter auf jeden Fall auf der generischen Hälfte. Oha, ich hab einen Ruf? Ich wüsste jetzt nicht, ob das so stimmt. Ja, also ich muss sagen, ich bin... Junge, wohin? Wohin? Als ob ich zu dir passen wollte, Dicker. Wie schießt man? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, was ich... Wirklich nicht. Junge, wohin? Schuh, Dicker. Yo, ach so! Ach so, wahrscheinlich eine Ecke, oder? Wahrscheinlich eine Ecke. Willst du mich ficken, Alter? Vamos! Ach so, ach so, ach so! Ach so, ausnetz. War kein Tor. War auf einmal kein Tor. Ach so, jawohl. War kein Tor, oder was? Ah, okay, war kein Tor. Alles klar, emotionalster Schrei meines Lebens. Wer ist denn da? Oh mein Gott, Hacke? Boots! Oh, Ecke, 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 Ecke. Was war das für ein Weltklasse-Same? Schuh, Junge, wohin? Kann jetzt auch mal langsam pfeifen. Oh, nee, 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 nee. Hallo, jetzt pfeifen mal. Pfeifen, 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 hallo! Ja, geil! Geil, ehemal. Schiri, Schiri, Schiri! Was ist das denn? Geile Halbzeit, Dicker, die hat gewockt. Keiner will mehr FIFA und PES zocken. EA und Konami tun mir leid. Same, Bro, same. Das ist einfach FIFA-Killer. Es gibt doch keine Sprint-Taste, oder? Ich glaube nicht, nee. Brauchen wir noch nicht einen FIFA. Brauchen wir nicht. Sprinten ist so overrated. Dicker, dieses Außenmatsche. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Let's go! Schöne Sache! Not der Union! FIFA-Kiefer. Konnte, wir haben... Hier gibt keiner auf, ha? Ich würde sie doch im Kämpfer. 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 Wohin? Keiner geht ran, einfach niemand. Ey, die Steuerung ist so schmutz. Die ist so scheiße. Nein, nein! Ja! Wohin, Junge, wohin? Oh Mann, ey. Das Game ist so möglich, lieb's. Basti, der Sieger bekommt nochmal 10 Euro on top. Dicker, bist du dumm? Was? Nein, nein, nein. Es hat ein Zuschauer gesagt. Von dem Zuschauer die 10 Euro. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Junge, Mann! Ist der glücklich! Oh mein Gott, Dude! Das war das Most Cup-Fußball-Game, was es je gab. Was war das? Oh mein Gott, ich fass es nicht. Basti, lebst du noch? Ich hab das Spiel so dominiert am Schluss. Das war ja nur noch ein war ein Fußball. Oh mein Gott, Junge. Absoluter Einwanderung. Uff, Alter. 2-0, let's go! 2-0? Ne, 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 ne. 2-1. Fußball auch richtig scheiße. Fußball richtig scheiße. Richtig kacke. Okay, Gross, ich hab nicht geguckt wie man spielt, scheiße. Sag mal bitte schnell, sag mal bitte. Also, warte mal. R plus U, Hammer nehmen, halten und dann mit der Maus irgendwie drehen, halten plus bestätigen und R plus U ist auf werfen, loslassen. Nein, du laberst, das ist eh wahrscheinlich. Okay, gut. Ja, mach go. Du hast so gecappt, das ist niemals real. Aber wait, du hast wirklich nicht gelogen. Hm, komisch. Was? 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 Hast du's verstanden? Was? Was? Boah, Junge, die, Alter. Junge, meiner ist so traurig. Meiner ist so traurig. Meiner denkt über das ganze Leben, ne? Ja, same. Wichtige Poster-Clarity bei meinem Typen, Alter, der war richtig traurig. Wohin bist du? Warte. Oh, nein. Meiner denkt wieder über das Leben nach, oh, nee, Digga. Meiner steht kurz vor Selbstmord, Alter, holy shit. Meiner ist so traurig. Boah, das ist 59 Meter, damn. Digga, ich bin vierter, du bist letzter. Ey, sag mal ganz kurz, sag mal bitte ganz kurz. Hältst du bis zum Ende R und U gedrückt, bis dann die... Ich halte bis zum Ende R und U. Ah, okay, I see, I see, okay. Und... Let's go! Da ist das Ding. Ich glaube, ich hab's. Was? Digga, was für 42 Meter, hä? Bro, hä? 42? Okay, das ist auch ganz strange. Auf Beachvolleyball bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das könnte cool werden. Ja, ich fühle auch. Warte, warum ist das ein Two vs. One? Ah, nee, hier ist es hinten. Guck mal, wie groß der Ball ist im Gegensatz zu mir. Junge, ist so. Oh! Batz, Digga, oha! Schuh, Junge, mein KI-Geist, der Über-OP. Ganz kurz, wie fühlst du mich im Bikini? Ist heiß, oder? Mann, ich seh dich grad von hinten. Mein... Boah, Alter, du hast meiner Sicht. Die Hosen sind einfach Low-Waste, Bruder. Schön. Batz, Digga! Boah, ich fühlst den abgelenkt von meinem Charakter, sag ich dir ganz ehrlich. Da, Le. Junge, was sind das für Schmetterbälle, Alter? Ja, Bernhard. Boah, Bernhard, die Sau, Alter. Ey, wie lenkst du den Schmetterball mit der Maus? Du siehst ja dann dieses Vorschaubild mit der Maus, dann, ja. Aber man sieht ja, wo du dann auch hin aimst. Das ist voll gut, das Game. Was zum Fick? Ach, scheiße. Schön, schön. Schön. Oh Gott. Ja! Wichtig! Da ist das Ding. Come on, Leute. Boah, ist ja heiß, Alter. Alter, wow. Junge, das ist auch, wenn das so hart. Alter. Junge, I lost, Alter. Ich habe noch ein paar Plätze drauf. I lost, Alter. Mann, Junge, ich bin noch nicht so, fette Sau. Hey, Bruder, mein Team ist so lost. Ja, ja, der Team ist, oder? Matchball, ha? Okay. Stuck. GG. Vamos, España. GG. Oh nein. Das ist sehr traurig. Oh, nee, Bruder. Okay, Freunde, wir mussten jetzt auf Switch switchen, weil das Game by Basti immer abgestürzt ist. Dementsprechend, es steht 3-2. Wenn Basti das hier gewinnt, dann hat Basti alles gewonnen und bekommt die 50 Euro von mir. Wenn ich das gewinne, dann steht es 3-3 und wir spielen noch ein letztes Game. Let's go. Nein, Bruder, warte mal. Steuerung, wie man spielt. Hochwerfen. Ach, man muss das mit dem rechten Stick. Schnee, den rechten Stick. Oh, Basti, das ist viel geiler. Oh mein Gott, Alter. Hä? Da ist er wieder, Junge. Ja, bist du denn? Ach so, ich habe übrigens auch einen neuen Charakter gemacht. Der sieht jetzt ein bisschen anders aus. Junge, das ist übelst schwer. What the fuck? Was? Das ist überschwer. Hä? Das ist richtig schwierig. Du musst richtig präzise auch sein. Yo, shoot. Yo. Was? Yo. Bruder, hast du auch irgendwie so wenig FPS irgendwie? Ich habe 3 FPS-Fan überhaupt. Dick, auf einmal kam der so von mir zurückgeschaut. Alter, holy shit. Guck mal, was du da, wie du den da schwingst. Der ist schon hinter mir, Dick. Der holt noch einfach. Okay, sorry, Bro. Ja, moin. Alter. Junge, das ist auch so scheiße. Oh mein Gott. Schuh, Junge. Let's go. Wo ist er hingegangen? Boom, let's go. Wo ist er denn gerade hingegangen? Komm, zum Schluss erstmal Ausfallschritt nach hinten. 2-4, Junge. Let's go. Yo. Okay, Bruder. Der hat den langen Arm rausgeholt. Dicker. Fuck, fuck. Come on. Fuck, fuck. Komm, Junge, ich muss dich motivieren, Alter. Dicker, drückst du die Schultertasten auf? Nee, ich drück ich mir nur rechts. Ja. Ja, ich hab jetzt mal die Schultertasten probiert. Hast du ja. Cool. Oh mein. Wohin? Er versucht nicht mal. Er versucht nicht mal. Ich drück sie die ganze Zeit nicht. Dicker, applaudierst du dir selber? Ey, GG, 3-3. Dicker, so ein Ding. Mua, Mama. Mua, Papa. Ach so, warte mal, ich bin der Deutscher, kann ich da jedenfalls selber weiß. Mutter, Vater. Das Fußballspielen. Ja, okay, Fußball, Junge. Fußball entscheidet. Fußball entscheidet, ob ich jetzt jetzt alles bekomme. Let's go. Okay, Bruder, Final Match um 10 Subs. Um 10 Subs, das ist so bescheuert. Oh, warte kurz, warte kurz, äh, okay, sorry. Ah, das... Dicker, Kevin, das ist legit FIFA 04, was wir spielen. Das ist über shit. Boah, das ist so bad. Oh mein, was war das? Hast du was gesehen? Gutes Tackling war das. Junge, 2 FPS. Buh! Ach so. Junge, es ist so bad. Dieses Olympia-Logo kommt mit 3 FPS reingeflogen. Nein, nein, nein. Alter. War krass gemacht, war krass gemacht. Oh mein Gott. Bro, es ist so scheiße. Dicker, das war ein bisschen reiner Worte. Dicker, das hat jemand 40 Euro gekostet, Jungs. Es ist so frech. Scheiße. Oh, geblockt. Oh mein Gott, hops. Uff. Scheiße. Aber nicer try. All I need is your love for... Oh, geblockt. Dicker, wohin? Oh wait, actually good. Nimm ihn! Ja! Junge! Go! Scheiße, Alter! Uff, Digga. Gotttor. Bruder, mit Vorlage. Schön über die Seite. Uff, Alter. Ich laber random schön. Ich bin kein Ahnung, wie man das genau beschreibt. Aber let's go. Uff. Nice, nice, nice. Nimm, 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 nimm. Schön. Ja. Let's go. Gute Halbzeit. Boah, geil. Schön noch vor Halbzeit mit 1-1 reingegangen. Geil. Richtig für die Kabine, noch mal ein bisschen Hoffnung. Oh mein Gott. Dribbling Gott. Du, das hat übertrieben geleckt. Was zum Fick. Ja, wirklich, wie der nach so 30 Sekunden sich so dreht. Es ist genauso verzögert wie bei Mario vs. Sonic. Das ist crazy. Ja, ja. Das ist wirklich eins zu eins dasselbe Game. Okay, Bruder. Buh. Okay, ach so. 1 FB ist beim Schuss, Digger. Junge, irgendwie das 3 FB ist das Logo. Junge, es ist so scheiße. Oh mein Gott. Aua. Ja, ja, komm. Steh auf. Freustuch. Nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn. Was? Junge. Boah. Digga, ist das deine Unsicherheit dahinten? Junge, Digga. Oh. Ach so. Ach so. Sorry, Digga. Er dreht nicht. Er dreht einfach nicht. Wer hat so nervös. Alter, das Game ist so scheiße. Ja, der Schiri fängt eh gleich ab, Digga. Ich seh schon, komm. Oh, King. Und jetzt raus, die Murmel. Schön. Wohin? Bist du dumm? Ich schwöre es dir. Ich kann da nichts für, ne? Alter, es ist so müll. Ja, ich hoffe, er hat einfach aus der Drehung gemacht. Gigi. Fuck. Es war ja. Alter, was ein Scheißgame. Oh mein Gott. Bernhard hat es nach Hause geholt. Wir sind entscheidend 2 zu 1. Alter, ist der traurig, Junge. Ist der traurig. Alter, Gigi. Gigi. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihn doch nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Yeah. Was soll ich dazu sagen? Ich hab mehr Fans als du.